Voila-Dorsale Schienen werden häufig bei schweren Handgelenksverstauchungen und Unterarmfrakturen verwendet. Messen Sie von der Basis des Mittelhandknochens auf der Rückseite der Hand bis zwei Finger breit vor der Ellenbeuge. Verdoppeln Sie dieses Maß und schneiden Sie die Schiene auf die benötigte Länge zu. Sie können entweder die Polsterung vollständig öffnen und nur den Kern zuschneiden oder die gesamte Schiene kürzen. Wenn Sie die Schiene in einem Eimer oder unter einem Wasserhahn aktivieren, müssen Sie sie nicht öffnen. Öffnen Sie das Polster an den zugeklebten Enden und falten Sie den Kern auf die Hälfte. Runden Sie die Kanten ab. Schneiden Sie die Schiene in zwei Hälften und halten Sie dabei die Schneidelinie leicht diagonal. Glätten Sie die Kanten, indem Sie sie auch auf dieser Seite abrunden. Legen Sie nun beide Teile in das Polster und schließen Sie es. Stellen Sie sicher, dass die zwei abgeschnittenen Enden in der Schienenmitte eine dreieckige Lücke bilden. Schließen Sie dann das Polster wieder. Teilen Sie das Polster in der Mitte, indem Sie an der dreieckigen Form des Kerns entlang weiterschneiden. Lassen Sie an beiden Seiten einen Rand stehen. Zerschneiden Sie das Polster nicht vollständig. Lassen Sie ein Fingerbreit des Polsters an der Spitze des Dreiecks intakt. Aktivieren Sie die Schiene mit Wasser. Dann legen Sie die Schiene auf die Innen- und Außenseite der Hand und des Arms und verankern die abgewinkelte Kante zwischen Daumen und Zeigefinger. Wickeln Sie die Binde distal nach proximal, um die Schiene zu sichern. Fixieren Sie die Binde am Handgelenk und wickeln Sie diese zweimal zwischen Daumen und Zeigefinger hindurch und um den Daumen herum. Für eine stabile Fixierung fahren Sie am Arm entlang fort, wobei Sie die Binde 50% überlappen lassen. Zum Schluss befestigen Sie die Binde mit Pflaster oder einem Klettverschluss. Modellieren Sie die Schiene innerhalb der Handfläche mit Ihrem Daumen oder Handballen. Benutzen Sie Ihren Daumen, um den des Patienten festzuhalten und legen Sie seine Hand zwischen Ihre eigenen Hände. Modellieren Sie die Schiene wie vom Arzt verschrieben und halten Sie sie in der richtigen Stellung, bis sie ausgehärtet ist. Modellieren Sie die Schiene